Willst du glücklich sein? Willst du sorgenfrei leben? Willst du dein Leben in vollen Zügen genießen? Willst du, dass jeden Monat tausende von Franken auf dein Konto überwiesen werden? Willst du endlich mal wieder Zeit haben für Ferien, Hobbys und Shopping? Dann häng deine Ambitionen an den Nagel, wirf deine Träume in den Mülleimer und sag Ja zu einem Bürojob. Jeden Tag gingen tausende von Leuten ihre Träume auf. Das kannst auch du schaffen. Ich war früher Pantomime, aber irgendwie stand ich immer vor dem Nichts. Ich sehnte mich nach etwas Handfesten. Also suchte ich mir einen Bürojob und hey, seht mich heute an. Brauchst du zum Glücklichsein eine schöne Villa, ein schickes Auto, eine eigene Hüpfburg? Nein, was du brauchst, ist Mittelmäßigkeit. Fünf Tage die Woche, nine to five und dann ab an die nächste Afterwork-Bar. Das kannst du alles bekommen mit Stop Dreaming. Seitdem ich meine Träume aufgegeben habe, habe ich endlich wieder Zeit für Ferien, Hobbys und Drogen. Mit einem Bürojob bekommst du bis zu fünf Wochen Urlaub im Jahr. Fünf Wochen, in denen du Tennis spielen, Fliegen fischen oder ganz einfach in der Nase bohren kannst. Und das Gute daran, du bekommst trotzdem den vollen Monatslohn ausbezahlt. Mit Stop Dreaming kann jeder sein Glück finden. Ja, früher malte ich Bilder. Heute bin ich Buchhalterin. Jetzt male ich mit Zahlen. Früher schrieb ich Gedichte. Jetzt schreibe ich Parkbussen. Ich kämpfte mich als Schauspieler durchs Leben. Aber dank Stop Dreaming bin ich jetzt Bankerin. Jetzt spiele ich mit dem Geld reicher Kunden. Ich habe es als Influencerin versucht, aber keiner wollte mir folgen. Jetzt gehe ich wieder zur Schule und folge den Lehrern. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie haben ihre Träume aufgegeben und sind wieder normal. Mit Stop Dreaming kannst du das auch. Melde dich noch heute an und du bekommst diesen Tiefkühler gratis mit dazu. Damit legst du deine Träume garantiert auf Eis. Und die ersten 100 Bewerber bekommen zusätzlich diesen wunderschönen Sarg. Inklusiv Nägel. Damit begraben sich deine Träume wie von selbst. Stop Dreaming und werde noch heute glücklich. You're dreaming. You dream. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020